Beim Spaziergang im Park wurden Erinnerungen wach an frühere Zeiten. Zum zweiten Mal sorgte das Vintage-Picknick von Classics for Charity e.V. im Park des München Stift an der Rühmannstraße für Gesprächsstoff. Die Aktion, die Senioren auf Zeitreise nimmt, wurde zu einem großen Sommerfest. Oldtimer aller Größen und Jahrgänge zauberten mit Picknick-Ausstattung und historischen Häppchen im großen Park des Wohn- und Pflegeheims eine ganz besondere Atmosphäre. Dank finanzieller Unterstützung durch Classic Data konnte die Gruppe Herrengesang zur musikalischen Unterstützung gewonnen werden.